Hallo und willkommen zur 90. Folge von The Sea Project 3. Ich habe das hier fertig gemacht und ich habe hier überall jetzt 3 Overclocker. Mit 3 geht es sich nämlich aus, dass wir hier überfüllen, dauerhaft produzieren und hier immer welche reinbekommen. Und ja, wir haben über die Nacht 9 Iridium produziert ohne die Scrap-Dinger, weil ich habe die letzten Overclocker erst heute reingetan. Also jetzt gerade vor der Aufnahme. Das bedeutet, wir haben über die ganze Nacht keine Scrap-Boxen da reinbekommen. Bedeutet, es hat nie diesen Boost hier bekommen. Der ist echt mega. Deswegen haben wir nicht so viel produziert, sonst hätten wir wahrscheinlich schon ein Stack. Das ist mir aber egal, weil 10 Iridium ist, was wir brauchen. Wir brauchen 8. Und zwar brauchen wir die Quantum-Hose, die hier. Wofür wir jetzt noch schnell 8 Eloi brauchen. Zack. So. Na komm. Wie lange brauchen die denn? Ach, ich crafte ja gerade. Aber ich crafte doch nichts im Kompressor, oder? Nee. Äh, folgendes, äh, Cancer. Ach, Mist. Ähm. Zack, 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 zack. Zack. Funktioniert's jetzt? Sieht so aus. So, also. Ähm. Eloi. Zwei. Okay. Dann macht er die jetzt. Äh, Maschine unten. Zack. Äh, zack. Zack. So, perfekt. Ähm. Nanosuit. Ja, auch kein Problem. Carbon. Äh. Start. Craftet er die jetzt? Ja. Okay. Ähm. Energy. Ich hab auch, äh, schon etwas vorbereitet über. Energy. Ich hab auch schon was vorbereitet über die, äh, nacht, äh, über die Nacht, äh, für die Aufnahme. Äh, damit wir gleich was machen können. Zack, 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 zack. Okay, dann braucht's jetzt auch diesen Labbadon Crystal. Sollte kein Problem sein. Und da haben wir... Oh nein, ich hab hier was vergessen. Äh. Also, ich habe hier vergessen. Aber ich möchte halt das Zeug nicht mehr fixen, weil das Pack für mich halt echt, also... Labbadon Crystal, so, der ist voll. Ich hab hier vergessen, ähm, jeden... Das ist, glaub ich, mit Metadaten, ne? Ne, dann ist es tatsächlich einfach mit Damage. Okay. Ich hab vergessen hier zu sagen, jeder Damage geht. Das hab ich aber eigentlich bei den meisten anderen Sachen gemacht. Naja, egal. Ich weiß, ja. Pff, hab ich vergessen. Egal. Äh, Quantum Suit Leggings. Das, genau. Die brauchen wir jetzt, damit wir... So, craft mir schnell ein netter Star. Zack. Schneller, bitte. Ah, Mann. Wieder, stirb schneller. Danke. Zack. Zack. Kann es sein, dass ich dieses Rezept nicht auf den Server gezogen habe? Das ist mir nämlich schon einmal passiert. Äh, ja, okay. Also, ich hab's wahrscheinlich nicht auf den Server gezogen. Damals. Äh, wir schmeißen es weg. Zack. Und holen uns ein neues. Zack. So. Äh. Genau. So, dann... ...haben wir die Rüstung komplett. Das ist die Wövernrüstung. Und da hab ich eben jetzt eben was schon vorbereitet. Awakened Draconium. Da brauchen wir jetzt mal nur vier. Da legen wir eins weg. Obwohl, wir brauchen die fünf eigentlich. Also, warum nicht gleich nehmen. Ähm, Awakened Draconium. Äh, hier haben wir nur vier. Dann zwei. Eins, zwei, drei, vier. Zack, 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 zack und zack. Und dann können wir jedes Rüstungsteil langsam upgraden. Zack. Starten wir hier mit. Äh, das geht verdammt schnell sogar. Draconium Helm. Draconium Chessplate. Ja, ich hab halt ein paar Drachen umgebracht. Ähm, und, und die Dinger da. Äh, das hab ich offscreen gemacht, weil... Es waren jetzt drei Drachen. Äh, zack. So, und dann hab ich ihm nochmal eins gemacht. Ähm. Hätte ich doch craften lassen sollen, ne? War dumm. Ähm. Hier kein Chart. Nee, der war oben. War auch nicht hier. Haben wir nur noch diesen Wireless Charger. Da brauchen die Dinger ja ewig. Es geht. Nee, blödsinn, da steht ja hier, ne? Warte mal. Hier. Ist aber auch nicht der Gute. Na egal, es geht sowieso schnell genug. Die laden wir jetzt einmal auf. Äh, Kapazität. Dann gäbe es noch die. Den aufzuladen. Egal, machen wir jetzt mal die Rüstung voll. Dann haben wir die Rüstung. Dann holen wir uns Draconic. Das haben wir jetzt auch. Und der Draconic Bow. Perfekt. Und der hat eben. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Äh. Ich hasse Draconic Evolution. Äh. Hier. Dann können wir hier. Draconic Fire. Fire, never made of pure energy. Removes the need for abernation. And that locks the shockwave effect. On. Wenn's my fail. I will get back up. I get what I want. Oh. Cause I see you. In my shoes. Standing where I'm meant to be. Got everything. Nothing to lose. So I can't live in my dream. Okay. Bringt sich das was, wenn ich das so... Ne. Was wären... Äh... Okay. 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 so brauchen mehr von denen ja passt das ding ist die maschine explodieren jetzt tatsächlich wenn sie zu viel strom reinbekommen habe ich gesehen in meiner testwelt aber ich weiß nicht ich glaube ich habe hier in der uni geupdatet von dem her ist es eigentlich egal da oben geht auch rein ok jetzt nicht ja das geht schneller so wesentlich schneller und fertig so und da haben wir die rüstung die chasse wie warum herr ich hab doch an wir brauchen mehr power oder was machen wir davon mal schnell welche zack wir haben ja noch genügend zeit und dann gibt es wahrscheinlich erst in der nächsten folge den kampf rf peste die fünf stück was brauchen wir dann noch also 12 12 ja und konik so sehe ich wieder normal aus ich finde auch die rüstung so hässlich nee warte mal ah das rf ding das dingchen hier legen wir da rein starten das ich kann jetzt mehr rf halten ja auch schon ein bisschen was zack zerkose schuhe chestblade helm so kann ich jetzt mit dem bogen schießen kann ich jetzt damit schießen ja tatsächlich es braucht ein bisschen power es geht tatsächlich ok damit bin ich zufrieden ja ich brauche definitiv mehr solche angel weil ich möchte da schon ding drauf haben das würde ich nicht verlieren hm 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 ok tx speed tko hm 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 also ich hau jetzt die noch drauf hm lamern wir das auf das ziehen wir uns an die sind schon aufgeladen ok ähm so also was brauchen wir wir brauchen shield ähm 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 also 3 4 zack ist alles gleich immer ne also zack ach die werden nicht weggenommen mhm mhm tsch ja geil das hätte ich wissen sollen ne Zack, zack. Ah. Stimmt, der Quark stackt dir. So, also, was haben wir jetzt? Shield Recovery, ne? Zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Dann tauschen wir das aus mit dem. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Ja, ist jetzt doppelt so groß. Ich würde es aber schon eigentlich... Eigentlich würde ich es noch... Was wäre denn die nächste Stufe? Boah, etwas, worauf ich eigentlich keine Lust habe, ne? Wo es nicht mal so schlimm ist. Star-Mama auch noch. Also, eine Stufe machen wir noch. Die nächste ist dann Awakened. Ne, da habe ich keine Lust mehr drauf. Dann hoffe ich einfach, dass wir das schaffen. Ich bräuchte halt noch so Spectre-Dinger. Ja, und bei euch so... Das da unten hat sich bestimmt wieder aufgehangen. Gehen wir mal wieder rein. Gehen wir mal wieder rein. Zack. So. Ups, äh, Star. So. Acht. Acht haben wir schon mal. Zack. Das können wir auch schon reinlegen. Ist ja auch noch viel Billow-mäßiger, wenn man nur... Also, ich weiß nicht. Ich bin echt kein Fan davon. Äh, was brauchen wir denn noch? Können wir auch reinlegen. Hm. Emeralds? Sollten auch keine Probleme sein. Zack. Zack, zack. Ähm, und, äh, Draconic. Ähm, ähm. 16. Und wüvern. Acht Stück. Zack. So, dann upgraden wir es jetzt noch. Einmal eine Stufe. Aber die Capacity werden wir eigentlich fast brauchen, ne? Ah, ärgerlich. Ja, das war vor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, habt ihr da müssenahe. Tschüss. Tschüss. Tick, 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 tick. Tschüss. 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 Was ist das? Ah, das ist kreativ. Okay. Wo haben wir denn? Immer noch keine 8. Warum haben wir nur 4? Ich weiß, warum. Nein. Dann machen wir gleich 8. Wir brauchen nochmal 4. Zack. Können wir ja schon mal. Warum habe ich jetzt? Ich habe sowieso zu viel. Warum habe ich jetzt überall 8 gemacht? Ah, ich habe hier falsch gedacht. Zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und, äh, viermal. Zack. So. Und jetzt haben wir ein höheres Schild. Und das muss jetzt auch reichen. Ups. Dann brauchen wir jetzt noch. Wo waren? So, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. So. Zack. Fertig. Oh, ich habe eine Saal vergessen. Oh, nein. Wir brauchen auch die, ne? Wir brauchen auch die. Äh, nein. Wir können ja, glaube ich, das Chaotik-Ding nicht abbauen ohne die. Oh, ich habe hier. Oh, ich habe hier. Binding. Mann. Das Ding ist, das ist alles nicht problematisch. Nur Awakened habe ich wahrscheinlich nicht mehr genügend. Und, das habe ich auch nicht. Und wir platzieren auch mal die Rüstung. Meine Lieblingsrüstung. Zack. Hierhin. Ähm. Ja, hier. Gar nicht mehr so schwer, aber halt nervig jetzt. Weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir die brauchen. Ärgerlich. Ärgerlich. Warum kann ich mir aber das Rezept hier nicht anzeigen lassen? Komisch. Irgendes, 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 Great Wood. Irgendes. Great Wood. Raw Earth. Zack. Eins, zwei. Great Wood. Raw Earth. Ja, geht sogar. Es gibt auch Thaumium. Sag mal bitte, ich habe noch was in Thaumium. Äh, äh. Thaumium. Ne. Ne. Ah, ich habe den Pickaxe. Ja, dann. Gut. Da muss ich jetzt nur gucken, ob ich noch genügend Ding habe. Also Feuer haben wir genug. Sonst. Brauche ich 30. Äh. Habe ich auch genug. Und Metallum, ne. Ja. Metallum habe ich immer genug. Wo, hier. Ja, passt. Zack. Hm. Ja, dann starte. Sollte passen. Die Pickaxe haben wir eigentlich auch nie gemacht, ne. Bisschen schade eigentlich. Prinzipiell ist es hier Project 4, glaube ich, sind es weniger Mods. Dafür mehr Balanced und einfach, weil, pff. Ich habe hier zum Beispiel, wir haben dieses Tinkers Plus nicht mehr. Also wir können hier keine Mana Halterungen machen, wie wir es hier haben. Dass sie sich mit Mana reparieren. So haben wir es ja jetzt. Das ist eigentlich praktisch. Ähm. Zack. Das können wir dann nicht mehr machen. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich hätte mir auch mal überlegt, ob wir überhaupt keine Tinkers Tools machen. Sagt bitte, dass das Rezept funktioniert. Es funktioniert, Gott sei Dank. Ähm. Ja. Eins, zwei, zwei, vier. Oh, ist. Es kann sich ausgehen. Oh, es kann sich ausgehen. Es geht sich nicht aus. Uns fehlt eins. Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, oder? Ne, warte mal. Awaken. Ne, wir haben genau... Ich gehe dich genau aus. Es geht sich genau aus. Es geht sich genau aus. Aw, wie geil. Ah, wie schön. Ja, wie schön. Ist der Flux-Kapasitor voll? Ja. Das können wir in jeden Bubble-Slot legen. Ha. Okay. Das wird alles Resolute Ivy. Das nicht. Äh. Stimmt, wir könnten eigentlich so Resolute Ivy... So Loot Ivy machen. Öp. Also wenn man einmal so zwei Pools voll hat, dann reicht das vollkommen aus. Eins, zwei. Weins, schieres. Wie viel von diesem End? Nichts mehr. Okay, also... Packen wir es noch hier rauf. Dann ist es gut. 29. Okay, so. Dann werde ich jetzt... Oh, ne. Ich habe das Backresort. Ja, gut. Dann war es das mit der Folge. Ist... Ein bisschen... Näh. Rüstung bauen, halt ein bisschen langweilig. Äh... Draconic... Es fliegt schon ein bisschen Zeit in Draconic Evolution, aber... Ja, da ist halt Avarid ja schon, ne? Draconic. Wir machen aber jetzt auf jeden Fall... Gehe ich jetzt Mobs klatschen. Also ich gehe hier die ganze Zeit... Äh... Die... Die... Genau. Äh... Super. Äh... Dialekt, ne? Äh... Ich gehe die ganze Zeit Mobs klatschen. Obwohl, das war nicht mal Dialekt. Ich... Ich weiß nicht, was das war. Das war nicht mal Dialekt. Ähm... Also ich gehe hier die ganze Zeit Mobs klatschen und hoffe ich, dass diese kleinen Geister... Also einmal würde ich es gerne zeigen. Äh... Die können mir jetzt sowieso überhaupt kein Damage mehr machen. Also da kommen wir... Äh... Das Ding gibt nicht ab, ne? Ah, inaktiv, ja. Jetzt ist es aktiv. Ah, perfekt. Okay. Ähm... Also ich gehe hier die ganze Zeit Mobs töten. Und wenn ich Glück habe, was ich nicht habe... Kommt da so ein Geist raus. Und das habe ich hier schon einmal in der Folge gezeigt. Das ist aber lange her. Deswegen zeige ich es nochmal. Damit haben wir ja damals... Nein, nicht töten. Das Spectre Sorg gemacht. Ach komm, eins und Geist. Da schreibe ich mir aber gleich was auf. Warte mal ganz kurz. Zack, zack. Äh... Ich schreibe mir hier jetzt schon die ganze Zeit Notizen für das Zero Project 4 auf. Warte, müsste gleich wieder Bild sein, so. Ich schreibe mir hier die ganze Zeit Notizen für das Zero Project 4 auf. Nebenbei. Wie zum Beispiel, dass ich die Spectre... Das Rezept für Spectre-Dinger härter machen möchte. Äh... Die haben alle enges Flügel wegen Weihnachten. Ich habe hier auch solche Flügel. Da kommen so Partikel. Äh... Ja, perfekt. Und diesen hier können wir mit dem Schwerkillen. Und damit kommen wir... Dieses, ähm... Ectoplasm. Und davon brauche ich jetzt, äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh... Sechs Stück. Weil ich möchte es halt auf diesen Tools überall drauf haben. Ja, gut. Dann würde ich auch sagen, das war es mit der Folge. Ich mache das jetzt offscreen noch. Und, äh... Wir sehen uns... Ne. Geil. Drei. Äh... Warte mal kurz. Vielleicht... Vielleicht... Okay, warte mal kurz. Vielleicht bekommen wir es doch noch hin. Dann überziehe ich halt ein bisschen. Zack. Okay. Das ging jetzt schnell. Das ging gerade richtig, richtig schnell. Auf einmal. Stück. Zack. Perfekt. Dann werden wir bei dem Drachen sterben. Ancient. Das hat kein Ancient. Ah, die Schaufel sollte auch noch Ancient haben. Ich möchte hier überall Ancient drauf haben. Äh... Dann werden wir beim Drachen sterben. Bekommt man das wahrscheinlich nicht so schnell zurück. Fruit of the Grisailia hat auch Ancient. Zack. Das können wir auch weg. Das kommt dann ja. Sauvometer. Ancient. Der ist auch nicht. Ancient auch nicht. Auch nicht. Ja, wir können ja alles da reinlegen. Das auch. Ja, gut. Dann, äh, nächste Folge. Na, gut. Auf, äh, gut Glück Drachen klatschen. Ähm. Das hat auch Ancient. Das ist egal. Auf gut Glück wird nächste Folge Drache geklatscht. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht mache ich noch ein Schwert auf Screen. Äh, ciao.